Hey Leute, ich bin's wieder Samira und ich zeige euch heute, wie ihr einen Push Kick machen könnt. Dafür stellt ihr euch erstmal mit einer schwachen Seite nach vorne. Bei mir ist das jetzt rechts, weil ich Linksfüßer bin und dann machen wir die Kicks in vier Schritten. Der erste Schritt ist einmal das Knie hoch und der zweite Schritt ist dann Hüfte nach vorne drücken und den Kick auskicken. Der Schritt 3 ist wieder zurückziehen und 4 ist absetzen. Die Kraft kommt von innen nach außen und ihr trippt mit dem Ball. Nicht mit dem Zehen oder mit der Ferse, sondern mit dem Fußball. Auch im Deutschen genannt ist dieser Tritt Vorwärts tritt und ich zeige euch das jetzt nochmal. So einfach geht das. So einfach. Vielen Dank.